Erzähl mir ein bisschen was über die Rollen. Willst du anfangen? Ja, nee, der Tim, was ist, das ist der Tim, der, der Tim, der braucht manchmal so ein bisschen Hilfe von der Laura und zwar, weil? Weil er einfach sein Selbstbewusstsein gegenüber Frauen verloren hat, nachdem er mit seiner Ex, nachdem er von seiner Ex, wie sagt man, sie, die Ex hat halt Schluss gemacht, ihr wisst schon, was ich meine. Abgesägt. Ja, und seitdem hat er so ein bisschen so Schwierigkeiten mit Frauen und ist sich unsicher und weiß eigentlich nicht so richtig, wer er ist und so und naja. Rennt in der einen Katastrophe in die nächste, so kann man es auch sagen. Ja, und die Laura, die muss ihm manchmal so ein bisschen aushelfen. Zum Glück ist sie da. Ja. Also sie ist eigentlich so Tims Retterin, aber er checkt es noch nicht so ganz. Genau. Aber ihr könnt es euch nochmal genauer ansehen, wenn ihr die Folge von mir anbietet. So, abonniert unseren Kanal Feindhör, die Webserie auf YouTube, da unten. Außerdem folgt ihr uns bitte gerne auf Instagram und Facebook unter Feindhör, die Webserie. Also einschalten. Am 4. Dezember, oder? Ab dem 4. Dezember geht's los mit der ersten Folge. Ciao. Peace out. Und dann? Ja. Ja. Und dann? Ja.